Musik 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 Also Also ich spiele einfach von Spiel zu Spiel, schaue jetzt, was in der nächsten Runde da geht und ich spiele einfach mein Bestes. Henriette, du bist doch eine große Entdeckung bei der SGEBT Berlin gewesen im Damenbereich, hast dich in die Herzen aller bei EBT gespielt. Was macht für dich denn den Reiz aus vom Badminton-Spielen? Die Abwechslung und die Schnelligkeit. Kommt im Sportforum vorbei, wenn ihr Bock habt oder halt die nächsten Tage morgen, übermorgen und auch am Sonntag wird es hier noch Badminton der Spitzenklasse geben. Bis zum nächsten Mal.